Technologie ist schon etwas Faszinierendes. Viele Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, waren für Menschen von damals noch unvorstellbar. Das beste Beispiel ist ein Smartphone. Ein kleines, kompaktes Gerät, auf dem du jederzeit alle Informationen findest, die du brauchst. Du kannst telefonieren, Fotos und Videos machen. Es gibt eine Taschenlampe, ein Navigationssystem, ein Kalender und tausend andere Apps. Du kannst darauf Bücher lesen und jederzeit von überall deine Lieblingsserie streamen. Und mit Online-Banking kannst du jetzt auch dein Geld verwalten. Wie bei jeder anderen Technologie musst du nicht unbedingt wissen, wie dein Smartphone funktioniert, um es zu benutzen. Menschen tendieren dazu, Dinge schnell so zu akzeptieren, wie sie sind. Und nehmen sich selten die Zeit darüber nachzudenken, was genau wirklich dahinter steht. Die meisten Menschen haben ja auch keine Ahnung, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Trotzdem fahren sie jeden Tag mit dir im Auto. Du hast vielleicht ein ungefähres Verständnis dafür. Aber wie wenig wir über das Innenleben von irgendetwas wissen, wird dann offensichtlich, wenn es nicht mehr funktioniert. Sobald das Auto nicht mehr startet, der Computer nicht mehr hochfährt oder der Router keine Verbindung mehr herstellt. Was für die Technologien von heute gilt, gilt auch für die Technologien von morgen. Du musst nicht alles verstehen, um es zu nutzen. Im Gegenteil, es gibt keinen besseren Weg, um zu lernen, wie etwas funktioniert, als es zu benutzen. Was für Autos und Smartphones gilt, gilt auch für den Bitcoin. Du musst nicht jedes kleinste Detail über Kryptografie, Hash-Funktion oder die Blockchain-Technologie kennen, um zu verstehen, dass diese Technologie die Welt grundlegend verändern wird. Genauso wie das Internet die Welt damals verändert hat. Was genau denn Bitcoin so besonders macht und wie du davon profitieren kannst, klären wir jetzt in diesem Video. Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut und freuen uns, dass du wieder am Start bist. Mein Name ist Pete von LightUp und wir helfen dir dabei, die Welt der Kryptos besser zu verstehen. Das Whitepaper von Bitcoin wurde am 31. Oktober 2008 veröffentlicht. Aber nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, sondern im Internet. Nicht von einem großen Tech-Konzern, sondern von einem pseudonymen Internetnutzer. Es wurde nicht an die Öffentlichkeit verkauft. Das Whitepaper wurde online veröffentlicht, kostenlos und für jeden frei zugänglich. Auch die erste Werbung von Bitcoin wurde nicht von irgendeiner Marketingagentur erstellt, sondern von einer Person im Internet. Am 18. Februar 2013 fragte ein Reddit-Nutzer die Bitcoin-Community, ob sie irgendwelche Ideen für eine interne Bitcoin-Anzeige hätten. Kurz darauf hat ein anderer Reddit-Nutzer diese wunderschöne Zeichnung hochgeladen. Der Zauberer hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Aber was sich nicht verändert hat, ist die Bezeichnung, die für Bitcoin hängen geblieben ist. Magic Internet Money. Der Bitcoin war also von Anfang an ein Kind des Internets. Ein Kind, das in den ersten 5-6 Jahren verspottet, ausgelacht und ignoriert wurde. Das ist nicht wirklich überraschend, weil die ersten Anwender jedes neuen Systems etwas seltsam sind. So wie man in den ersten Jahren des Internets etwas seltsam sein musste, um online zu sein, musste man auch etwas seltsam sein, um sich in den ersten Jahren des Bitcoins dafür zu interessieren. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Das Internet von heute ist ein globales Kommunikationsnetzwerk, ohne dass fast gar nichts mehr läuft. Und die besonderen Eigenschaften des Bitcoins machen ihn nicht nur zu einer technologischen Erfindung, sondern gleichzeitig auch zu einer monetären Innovation. Ein Open-Source-Projekt, aufgebaut von einer Gemeinschaft aus Freiwilligen und Betrieben als Peer-to-Peer-Netzwerk. Immer mehr Menschen weltweit werden auf den Bitcoin aufmerksam. Immer mehr Menschen bemerken, dass es um viel mehr geht, als nur um eine reine Spekulation oder ein Zahlungsmittel für Kriminelle. Wenn man damit anfängt, sich intensiver mit Bitcoin zu beschäftigen, kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, was Geld überhaupt ist. Die meisten von uns haben keine Ahnung, was Geld ist oder wie es funktioniert. Es ist eins dieser Dinge, bei denen man nicht unbedingt wissen muss, wie es funktioniert, um es zu benutzen. Wir brauchen nicht über Geld nachzudenken, bis es nicht mehr funktioniert. Weltweit gibt es mehr als genügend Beispiele, in denen Geld nicht mehr funktioniert. Und auf einmal müssen die Menschen in diesen Ländern darüber nachdenken, was Geld wirklich ist. Im Grunde genommen ist Geld kein Wert. Wir verwenden Geld, um Dinge von Wert zu kaufen, irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen. Aber das Geld an sich hat keinen Wert. Geld ist auch kein Konstrukt einer zentralen Instanz oder Autorität. Wir glauben das heutzutage vielleicht, weil unser ganzes Geld von bestimmten zentralen Instanzen ausgegeben wird. Aber was wäre, wenn Geld eine Art Sprache ist, die Menschen geschaffen haben, um sich gegenseitig Werte zu vermitteln? Und diese Sprache wurde entwickelt, um die Zivilisation zu erschaffen, die wir heute kennen. Eine Zivilisation, die es uns ermöglicht, die sogenannte Dunbar-Zahl zu überschreiten. Die Dunbar-Zahl beschreibt die maximale Anzahl von Individuen, die in einem einzelnen Stand zusammenarbeiten können, auf der Basis von Verwandtschaft und Bekanntschaft. Diese Zahl liegt bei ca. 150 Beziehungen und wenn jetzt zwei verschiedene Stämme zusammenarbeiten sollen, brauchen sie ein neues gemeinsames Konstrukt. Zu diesen Konstrukten gehören Kultur, Sprache, Religion und Geld. Also all das, was es uns ermöglicht, die Größe eines einzelnen Stammes zu überschreiten und mit anderen in größerem Maßstab Handel zu betreiben. Und genauso wie sich Kulturen, Sprachen und Religion weiterentwickelt haben, hat sich auch unser Geld weiterentwickelt. Bitcoin ist nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Auch davor gab es schon ein paar andere Konzepte von elektronischem Bargeld. Besondere beim Bitcoin ist, dass wir bis heute nicht wissen, wer der Erfinder davon ist. Das White Paper wurde vom Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Und auch wenn im Laufe der Jahre immer wieder Personen behauptet haben, Satoshi zu sein, war bis heute niemand in der Lage zu beweisen, dass er es auch tatsächlich ist. Ohne kryptografische Beweise bleiben leider nur wilde Spekulationen. Und das ist auch vielleicht gut so. Ein führerloses System darf keinen Führer haben. Abgesehen von dem White Paper gibt es von Satoshi nur eine Sammlung von öffentlichen Beiträgen und Kommentaren und einige private Diskussionen, die er mit anderen Kryptografen und früheren Anwendern des Bitcoins führt. Falls dich das interessiert, kannst du gerne danach mal die Videobeschreibung abchecken. Das wohl berühmteste Kapitel der Frühgeschichte von Bitcoin ist der Aufstieg und der Fall der Silk Road. Einem anonymen Marktplatz im Darknet, auf dem Personen jegliche Art von Waren kaufen und verkaufen konnten. Die Silk Road wurde 2011 von Ross Albrecht gegründet und war damals so etwas wie das Amazon der Drogen. Eine Webseite, auf der man jede Substanz kaufen konnte und nur wenige Tage später im Briefkasten hatte. Der Bitcoin war damals perfekt dafür geeignet. Ein elektronisches und anonymes Zahlungsmittel. Mehr als 600.000 Bitcoin hat die Webseite insgesamt an Provisionen eingenommen. Über eine Million Transaktionen wurden zwischen den Nutzern abgewickelt. Aber irgendwann ist das Ganze natürlich aufgeflogen. Aufgrund der Beständigkeit und des enormen Preisanstiegs hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Bitcoin in den letzten Jahren verändert. Vom illegalen Drogengeld zu spekulativen Vermögenswert. Und bei manchen Menschen sogar noch etwas weiter. Von einem spekulativen Vermögenswert bis hin zu hartem Geld und einer Technologie, die viele Probleme unserer heutigen Gesellschaft lösen könnte. Ein Problem von uns kannst du jetzt genau lösen. Wir würden gerne mehr Menschen mit der Kryptowelt vertraut machen. Wenn du das Video likest, kommentierst und uns abonnierst, hilft es dem YouTube-Algorithmus anzukurbeln und mehr Menschen zu erreichen. Zwischen der realen und der digitalen Welt gibt es einen entscheidenden Unterschied. Reale Objekte bewegen sich anders wie digitale Dateien. Wenn ich dir jetzt diesen Apfel gebe, dann hast du den Apfel und ich habe ihn nicht mehr. Wir brauchen keinen Zwischenhändler, weil sich die Dinge in der realen Welt auf natürliche Weise von A nach B nach B bewegen, ohne kopiert zu werden. Wenn ich dir jetzt aber über WhatsApp ein lustiges Katzenbild als JPEG schicke, dann haben wir es beide auf unserem Smartphone, weil die Datei einfach kopiert wird. Bei einem JPEG oder einer PDF ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber was, wenn es ums Geld geht? Wenn ich 10 Euro von meinem Computer auf deinen übertrage, kann das Geld ja nicht einfach kopiert werden. Sonst hätten wir beide ja 10 Euro. Du müsstest mir also vertrauen, dass ich meine ursprünglichen 10 Euro vernichte, nachdem du die Kopie erhalten hast. Würdest du mir vertrauen, obwohl wir uns kaum kennen? Das ist das Problem des Double Spending. Und dieses Problem ist der Grund, warum die meisten Leute dachten, dass es niemals Geld geben würde, das über das Internet verschickt werden kann. Aber wir haben doch das Online Banking. Wir können doch mit PayPal, Visa oder Mastercard Geld über das Internet senden und empfangen. All diese Dienste haben eine Sache gemeinsam. Es braucht immer einen Mittelsmann, in der Regel ein Unternehmen, dem wir vertrauen müssen. Wegen des Double Spending Problems müssen wir Unternehmen vertrauen, dass sie die Buchhaltung richtig machen. Das bedeutet gleichzeitig aber, dass all die Unternehmen, die Transaktionen abwickeln, immer genau wissen, wer zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund was an wen bezahlt hat. Und dieses Wissen gibt den Unternehmen die Macht, Transaktionen zu blockieren, Konten einzufrieren, Zahlungen abzulehnen oder Kunden von ihren Diensten auszuschließen. Die Vergangenheit zeigt auch, dass diese Unternehmen immer wieder von Hackern angegriffen werden und Sicherheitslücken gezielt ausgenutzt werden, um an persönliche Daten ranzukommen. Durch die Erfindung des Bitcoins ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich, diese zentralen Instanzen zu entfernen und Geld in der digitalen Welt genauso zu bewegen wie in der realen. Ich schicke dir einen Bitcoin, schön wär's, eher ein paar Sets und das war's. Jetzt hast du diese Sets und ich nicht. Die Transaktion muss nicht durch jemand anderen gehen, um bei dir anzukommen. Wir müssen niemanden für diese Transaktion um Erlaubnis bitten. Warum das Geld den Besitzer wechselt, geht niemanden etwas an. Aber wie genau funktioniert das Ganze jetzt in der Praxis? Die Bitcoin Blockchain ist ein Peer-to-Peer-Protokoll. Ein Netzwerk nur mit Clients, ohne einen zentralen Server. Das Besondere beim Bitcoin-Protokoll ist, dass Geld als Daten, also als Information, ausgedrückt wird und über viele verschiedene Kommunikationskanäle übertragen werden kann. Theoretisch kannst du so ziemlich alles verwenden, um deine Bitcoins zu senden. Aktuell ist das Internet das beste Kommunikationsmittel, das wir haben und deshalb auch die bevorzugte Kommunikationsmethode. Aber egal ob es um die Übertragung von Transaktionen oder die Speicherung deiner Coins geht, der Form des Bitcoins sind quasi keine Grenzen gesetzt. QR-Codes, Emojis, Sound, Bilder. Bitcoin-Transaktionen können in vielen verschiedenen Dingen kodiert werden. Wir können über eine Reihe von Kanälen kommunizieren und brauchen dafür keinen Vermittler, keine vertrauenswürdigen Dritten und keinen Dienst zum Anmelden. Und genau das macht Bitcoin so widerstandsfähig gegen Zensur. Wie kann man etwas zensieren, wenn man nicht erkennen kann, was man sieht? Geld als reine Information in einem Netzwerk, das unzensierbar und offen für jeden Menschen auf der Welt ist. Für diese neue Technologie gibt es keine Grenzen, so wie es auch für das Internet keine Grenzen gibt. Jeder kann darauf zugreifen, du musst dir einfach nur einen Client herunterlassen. Ein Bitcoin-Client ist so etwas wie ein Webbrowser, eine Benutzeroberfläche, die das Protokoll mit anderen Bitcoin-Clients verbindet. Mit dem Download dieser Anwendung trittst du direkt einer globalen Wirtschaft bei. Eine globale Wirtschaft, die jedem offen steht, unabhängig von Rasse, Religion, Glauben, ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder Geschlecht. Das Ganze ist so neu und revolutionär, dass die meisten Menschen dieses Konzept noch nicht wirklich verstanden haben. Aber die Kinder, die heute geboren werden, werden vielleicht niemals eine Welt kennenlernen, in der es Banken oder Papiergeld gibt. Genauso wie junge Leute heutzutage oftmals keine Ahnung haben, wie die Welt vor dem Internet aussah. Bis heute sind wir immer davon ausgegangen, dass hinter jeder Form des Geldes eine Person stehen muss. Geld kann nur von Menschen besessen und verwaltet werden. Oder von Menschen, die zusammen eine Organisation bilden, eine Behörde, eine Bank oder ein Unternehmen. Aber Bitcoin ist ein Protokoll, bei dem autonome Agenten das Geld selbst besitzen und verwalten können. Es sind keine Menschen erforderlich. Stell dir ein Unternehmen vor, das keinen Vorstand, keine Aktionäre und keine Angestellten hat. Also vollkommen unabhängig von menschlichem Handel agiert und nur auf der Grundlage von Softwarecode funktioniert. Dieses Geld ist vollständig programmierbar, skriptfähig und verfügt über ein paar magische Funktionen. Du kannst ganz genau festlegen, wer, wann und wie darauf zugreifen kann. Und der Bitcoin als magisches Geld im Internet ist erst der Anfang. Wir verwenden ständig Dinge, die irgendwie wie Geld aussehen, aber nicht wirklich Geld sind. Was ist mit Treuepunkten, Wertmarken, Bahnkarten oder Flugmeilen? Durch die Entwicklung von Smart Contracts entsteht ein ganz neuer Bereich. Ein neues System, das es Menschen ermöglicht, Dinge in Token umzuwandeln und in einer neuen globalen Gemeinschaft im Internet miteinander zu tauschen. Mit der Erfindung des Bitcoins wird sich die Welt grundlegend verändern. Seit 2008 hat sich viel getan. Mehr als 100.000 Software-Ingenieure und Entwickler erforschen jede mögliche Nische des Ökosystems. Jede mögliche Variante von Features und Funktionen wird durch Startups auf der ganzen Welt untersucht. Es entstehen komplett neue Märkte wie NFTs oder DeFi. Und mit neuen Märkten kommen auch neue Nutzer und neues Geld. Die Investoren sind begeistert von dieser neuen Technologie, die es uns erlaubt, einen verteilten Konsensus zwischen zwei Parteien zu erreichen, die einander nicht vertrauen, über große Entfernungen hinweg und ohne eine zentrale Instanz. Kryptowährungen wie der Bitcoin sind aber nicht nur dafür da, Investoren und Venture-Capitals noch mehr Geld in die Taschen zu spülen. Sie lösen auch reale Probleme. Naja, die meisten zumindest. Mehr als 1,7 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu einer Bank. Das heißt, sie arbeiten ausschließlich mit Bargeld. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn wir Finanzdienstleistungen über eine App für jeden zugänglich machen, der ein 20 Dollar Smartphone besitzt. Das Smartphone ist nicht mehr nur ein Kommunikationsgerät. Es ist eine Bank. Es kann Geld von überall auf der Welt senden und empfangen. Es kann Kredite vergeben oder erhalten, um ein lokales Business zu starten. Wenn wir jedem Menschen auf der Welt die Möglichkeit geben, an einer globalen Wirtschaft teilzunehmen, wird das die Welt radikal verändern. Viele technikbegeisterte Menschen halten Bitcoin für eine technologische Erfindung. Gleichzeitig ist es aber auch eine bemerkenswerte monetäre Innovation. Eine Innovation, die sich immer weiter ausbreitet und von der auch du profitieren kannst. Wie bei jeder anderen Technologie musst du nicht unbedingt wissen, wie der Bitcoin funktioniert, um ihn zu benutzen. Die Verwendung von Bitcoin wird vom Tag zu Tag einfacher. Grafische Benutzeroberflächen werden ansprechender und Informationsquellen besser. Viele Menschen, die in die Welt von Bitcoin eintauchen, beschreiben es als in den Kaninchenbau fallen. Bitcoin zu verstehen ist ein Prozess, eine individuelle Reise mit verschiedenen Betrachtungsweisen. Wenn du die magischen Eigenschaften von Bitcoin wirklich verstehen willst, musst du sie erleben. Ganz wichtig ist, dass du dir deine Seed Phrase aufschreibst, nachdem du deine Wallet eingerichtet hast. Am besten auf einem Blatt Papier. Der Seed Phrase ist ein Private Key, mit dem du Zugriff auf deine Coins bekommst. Wenn du deinen Private Key verlierst, verlierst du auch deine Coins. Niemand kann dir helfen, sie wiederherzustellen. Mit großer Macht kommt nun mal große Verantwortung. Bitcoin gibt dir die Kontrolle über deine persönlichen Finanzen zurück. Diese Verlagerung von Vertrauen und Verantwortung von zentralen Mittelsmännern zum Individuum selbst, ermöglicht ein neues, gesundes Geldsystem. Und wenn du wissen willst, was die Blockchain, die grundlegende Infrastruktur des Bitcoins ist, ist hier das passende Video für dich. Und wenn du noch mehr über das magische Geld aus dem Internet wissen willst, dann check doch gerne mal deinen Blogbeitrag von Gigi bei Apricot Media ab. Den Link dazu packen wir dir in die Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da und abonnier unseren Kanal. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Light Up.